Mein Name ist Manfred Schneider, ich arbeite bei AVL als Projektleiter. In meiner täglichen Arbeit als Projektleiter motiviert mich vor allem der Kontakt zu Menschen. Qualität ist ein wichtiges Thema für unsere Kunden, die ja international sind. Bedeutet Qualität nicht, dass man ein Gerät kauft, das dann funktioniert. Das ist selbstverständlich. Qualität bedeutet, dem Kunden zuzuhören, dem Kunden zu verstehen, was will der Kunde testen, was will er mit dem Equipment, das er bei AVL kauft, erreichen. Und wenn man das in der Projektleitung umsetzen kann, dann ist man erfolgreich und das motiviert mich täglich. Einer der großen Vorteile des Unternehmens AVL ist seine immense Größe und Vielfalt. Eine engagierte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter wird in AVL immer wieder eine Tür geöffnet bekommen mit neuen Aufgaben, mit neuen Herausforderungen. Um sich selbst zu entwickeln. In meiner Funktion als Projektleiter in AVL bin ich im Bereich Instrumentation and Test Systems tätig. In diesem Bereich werden Messsysteme entwickelt und Prüfstandsysteme entwickelt. Ich begann den Einstieg in AVL als Inbetriebnahmetechniker. Ich war im Zuge dieser Tätigkeit weltweit unterwegs und habe in dieser Zeit mich spezialisieren können auf Antriebsstrang und Getriebe Prüfstände. Durch diese Spezialisierung konnte ich dann die Teamleitung des Teams in Betriebnahme Special Applications übernehmen und habe den Entschluss gefasst, mich nochmal weiterzuentwickeln und bin jetzt ins Projektmanagement gewechselt. Ich bin dafür verantwortlich, ein Projektteam zusammenzustellen am Beginn des Projektes. Ich muss mit diesem Projektteam immer wieder züglich Besprechungen für den Projektverlauf abhalten. Mit diesen Besprechungen ist es mir dann möglich, festzustellen, wie ist der Status in meinem Projekt, wie kommen wir voran, sind wir im Zeitplan, sind wir schon dahinter, muss ich zum Kunden fahren und ihn über etwaige Komplikationen oder sonstiges informieren oder ist alles gut gelaufen und wir können ihm Zeit liefern, aufbauen und abnehmen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.